ich sehe gerade das gebäude ist noch ein ganzes stück groß nach oben raus das ist gute tatsache ich habe die normalen bücher immer ignorieren die machen das ja okay jetzt bin ich nur noch nicht mehr schwer nur das ist doch nicht gleich mal noch eins haben wir noch eins rauchbombe herstellen mit dem crafting etwas unglücklich oh die bringen voll viel okay wir müssen ja crafting warte mal wo warnt es hier da ist ja einiges hast du da auf dem button schon mal gekickt mit der leiste ganz links die lange da ist hier unter dem herz ist dieses crafting allgemeines ich will mal gucken wir bei zeitung zu basteln blöd kolben blödlampe nachfüllen art dafür brauche ich den propangast tank schleichen eine stufe hoch sehr schön wo ist denn die mary hast du eigentlich aufnahmen wieder an ja ja bist du wieder unten nein ich bin noch in dem raum ich sehe dich manchmal nicht bestimmt wenn du das im tisch hockst oder so ja ich glaube das ist ein geteiltes gebäude da müssen wir raus und ich gehe mal über den hinterwurf ach das ist ja erwachsene das ist so ein weiterbildungs oh guck mal hier oh das auto ist sogar offen kein schlüssel hm und ich gehe da ja den schlüssel ab und wo also einige auch gut oh Moment oh muss noch eines 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 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 6 6 meine waffe ist gleich kaputt die müssen wir weg machen Oh, 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 oh. Das sieht ja aus wie Sau. Hast da auch Blut an, ja, ne? Ja. Ja. Da sind wir uns mal wieder, ah, normal, oh Mist. Mach mal bitte den Kofferraum auf, danke. Autobatterie. Oh, die müssen wir mitnehmen. Wenn die Batterie nämlich mal leer ist, dass wir die austauschen. Hier steckt der Schlüssel. Ist auch Benzin drin. Dann nehmen wir das Auto mit. Jawohl. Ach, echt blöd, Mann. Jetzt guck ich erst mal. 21, nee, das nehmen wir nicht. Ich saug hier Benzin ab. Hm? Hm? Geht denn das? Hä? Warum geht denn das nicht? Du Aladin. Hier oder was? Wieso kann ich denn das nicht absaugen? Ah, ich hab keine leere Flasche. Oder was? Ach, wo ist denn mein Auto? Vorne. Der hat schon wieder Hunger. Das ist der Hilfekasten. Guck aber erst, ob was drin ist. Das ist sonst nur ein Behälter. Das mache ich. Wie lange muss ich das nochmal mit dem Gucken? Auf dem Boden legen. Oder siehst du auch eigentlich, wenn drüber ist, ob was drin ist. Ich komme mal umgefahren mit dem Auto. Das ist ja sonst nichts. Hm? So. Okay. Das ist noch eh noch. Wo kommen die denn? Die kommen bestimmt von drinnen. Leichtfüßig plus eins. Bin noch leiser. So. Ich brauche eine leere Flasche. Ähm. Dann tanken wir unser Auto. Dann muss das noch gehen. Ja. Wo hab ich denn die? Ja. Ich will sie nicht. Ich will sie fein lassen. Wenn nicht. Sag mal. Fein lassen. Äh. Dann trink jetzt hier so ein Bier. Ja. Oh, da geht ja auch die. Jetzt bin ich nur noch weinerlich. Haha. Äh. Jetzt hab ich zwei leere Flaschen. Ich bin blind. Oh, ich hab Hunger. Achso, wenn du wirklich mal keine Waffen hast, absolut nichts findest, kannst du eine Flasche zerschlagen und dann ist das so eine Waffe. Okay. So, wie geht das jetzt? Warte mal. Ich rüste das mal aus. Ich will nicht mehr ausrüsten. Was geht's dann? Etwas ungattisch. Nee. Ich will... Hm. Warum kann ich denn den Treibstoff hier mehr... Ich versteh das nicht. Ich versteh's nicht. Es geht nicht mehr. Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann... Ähm... Kraftstofffeuer abziehen. Wurden bieten. Also hier in dem blauen Auto bin ich gerade. Dann hab ich mein Rechtsklick drauf und dann steht da äh Kraftstoffabziehen. Bin ich blind? Ich hab das nicht. Kann ich nicht. Keine Ahnung. Ist doch auch ein Bug. Naja, dann füllen wir unser Auto auf. Warum geht das bei mir nicht? Ich hab nur Befüllen, aber da befüllt er ja nicht mit dem... Okay, dann fängt der... Ah, jetzt. Kraftstoffen zufügen. Jawohl. Machen wir mal. Ja. Ja, packt die aus. Ach, da sehe ich jetzt wie es hoch geht. Sehr schön. Super. So, jetzt ist er leer. Ich füll den weg nochmal auf. Ja, füll ihn gleich nochmal. Ja. Dann haben wir wenigstens was. Ja. Ja, danke. In dem Auto. Mhm. Ja. Kannst du bei dem Boden daneben auch? Ne, da unten. Irgendwo war noch eins. Mal kurz hin. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Warum kann ich das nicht? Keine Ahnung. Ich bin... Ich bin halt ein Stein. Jetzt lass mich den Lädenkanister hier voll machen. Ne, da mach ich Wasser rein. Vielleicht geht das mit der Bierflasche nicht. Warte mal. Ich glaube, das geht vielleicht mit der Bierflasche nicht. Jetzt muss ich bestimmt so eine PET-Flasche nehmen. Oh, unser Auto ist schon voll. Oh, das ist nicht gut. Ah, wir müssen zurück. Nur bescheuert. Lesen muss ich noch üben. Oh, Gott. So, gib mir bitte das Benzin wieder. Dankeschön. Hä? Ich lese das und ich werde davon noch depressiver. Hä? Warum? Was ist denn mit dem Mann? Ist da auch was? Was? Also haben wir nur ein Teil von dem Gebäude gemacht. Dann hake ich schon noch das inneteil ab. Ja. Kann ich da durchfahren? Ja. Oh, Friedhof. Oh. 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 Die sind doch schon wieder Zampis. Alter. Warum? Hm? Gehen die, einfach. Ver 있으면 zu werden! Ja. Oh oh. 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 Ach, finde ich doof. Ich muss das Auto wenigstens mal ein bisschen... Wir müssen ja alles ausräumen. Wir brauchen unbedingt ein großes Auto, das wir einfach losfahren und oben. Ja, oder zwei. So, lass ich es hier so stehen. Okay, dann tue ich erstmal die Batterie... Warte mal, wie sieht denn unsere Batterie aus? Guck mal. Komm, ich nehme jetzt den Basie. Ich tue die Axt jetzt... Ich tue die Axt jetzt hier rein. So. Jetzt haben wir hier noch eine Brause. Wir haben aber auch schon einen Haufen Zeug. Ja, obwohl wir so wenig eingestellt haben, ne? Ja. Aber ich finde es so schon spannender. Warte mal, dann machen wir erstmal das ganze Fressen. Ja. Ja. So. Den Dosenöffner lasse ich im Auto? Ja. Ah, der Grill. Ach ja, den zählen wir ja auch noch. Kannst du ja den Grill hier irgendwo vorne mal platzieren. Oder im Hintergarten? Haben wir hier so ein bisschen Stühle oder irgendwas? Ah, das fehlt mir auch noch, dass du dich so auf eine Couch setzen kannst oder so. Ja. Das gibt es aber auch noch mit Mods. Ich will aber auch nicht 100 Mods installieren. Man weiss ja manchmal nicht. Das alte Spiel wieder. Flasche leer. Leere Bierdosen. Das ist keine alles weg. 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 Ich schmeiße das draußen einfach wieder auf die Straße. Ja, dann habe ich gerne. Ja, jetzt machen wir das draußen. Ja, schön. Mal gehen. Ja, schön. Ja, schön. Machst du Eier? Nee, aber kann ich gleich machen, ja. Ach, du machst deine Bandagen, ne? Ja. Einmal. Oh, haben wir gedootet. Schön. So. Wie viele Eier soll ich machen? Mach alle. Okay. Dreimal Schmerzpillen, wo du mehrfach von essen kannst. Oh, ist das gut. Alkoholtropfer auch gut. So, weiter geht's. Ah, wir brauchen unbedingt ein größeres Alkohol. Kann ich den Grill jetzt nehmen? Ja. Wo stelle ich denn den mal hin? Ach komm. Hier. Wirklich. Objekt platzieren. So. Und ich glaube, da tut man dann, ähm, Holz rein? Oder wie war denn das? Dass du den anschmeißen kannst? Ich glaube. Ich lese es nicht mehr. Gut, was haben wir noch? Jetzt haben wir noch ein paar Eier. Ja. Ja. Du weißt schon. Ja. Schaumschlüssel, Seife, Schweißstäbe. Gartenhacke für den Gartenbau. Okay. Mach doch irgendeinen Schaden. Zweihandwaffe. Ja, aber wir heben sie mal lieber für den Gartenbau auf. Ich würde das irgendwann mal machen. Ich glaube zwar nicht, dass wir wieder dazu kommen, weil ich einfach monoluten will. Aber. Seife tue ich jetzt wieder mit rein. Hatten wir nicht zwei Bäder? Warte mal. Ich glaube. Wir haben auch noch mal einen Schrank. Ei. Essen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? So, trinken. Und dann bin ich schon wieder startklar, würde ich sagen. Ich noch nicht. Warte mal kurz. Ich reparier aber mal den Basie. Ich glaube, ich werde wieder forschen jetzt. Okay. Klebeband war alle, gell? Ja. Na, denn nimm mal. Warte mal, meine Klamattensäure machen. Ach, kann ich nicht. Da brauche ich Tischlerei Stufe 2, weil das so eine komplexe Waffe ist. Ja, eben ist eine Erfolgschance von 35 Prozent im Moment. Na gut, dann ist okay. Ich hoffe, der hält eine Weile. Also, wir müssten auch echt mal so in so haufenweise große Schulen, in die Universitäten, so wirklich Bürogebäude, solche großen, wegen dem ganzen Klebezeug, dass du Waffen in Schuhe hältst. Ja, die gehen zur Zeit noch so schnell kaputt, ist echt dort. Dann lehme ich lieber eine Ersatzwaffe mal mit. Geht das nicht? Ne. Das tue ich ins Auto. Da habe ich einfach den gefunden. Hm. So. Wisst du, warum wir auch vielleicht zu schnell depressiv werden? Weil wir ja Raucher sind und die ganze Zeit auf Entzug sind. Dieses komische Symbol mit den aufgerissenen Augen. So, hm. Da hatten wir nicht ein Feuerzeug. Weiß ich nicht. Warte mal. Wo hat es das, wenn? Dann haben wir nämlich für jeden hier eine Zigarette. Moment. Ich war mir sicher. Ja. Hat es mal irgendwie sowas gesagt? Habe ich das wieder nicht mitgenommen? Oh. Oh. Ich glaube, das liegt mit da dran, ja? Wir haben auch nur zwei Zigaretten. Das ist alles so selten hier. Oh Mann. Okay. Wollen wir weiter, ja? Mhm. Komm, Mermi. Du fährst uns jetzt mal irgendwo hin. Ich würde gerne die Schuhe noch weiter. Ach so, warte. Schlüssel. Ich leg dir mal den Schlüssel hier rein. Ja. Wo ist denn der? Ich würde ja gerne die andere Seite von der Schuhe jetzt noch machen. Na warte, ich stecke ihn einfach ein. Ähm, ich komme nicht ran. So. Aber wenn du nämlich nur auf dem Motor ausmachst, bleibt glaube ich der Schlüssel dran drin. Das ist die Presse-Bottel. Selbst ist die Frau. Ja. Ja, sehr schön. Frau-Nabsteuer. So, ähm. Jetzt suche ich dir so eine schöne tote Maus. Nein. Gut, eine tote Ratte. Schön saftig. Nein. Wenn die schon alt und vertrocknet ist, kannst du sie ja so ein bisschen krümeln. Nein, lass mal. Wie das hier aussieht. Hm, wir haben schon schön aufgeräumt. Jetzt halt die Richtung oder so. Hattest du das Auto nochmal betankt oder ist der jetzt einfach voll im... Na, ich hatte das nur vorhin das eine Mal, wo du hier... Also hast du den hinten drin, ja? Denkst du mal rein? Ja, ja. Ah, hier ist die Tür. Sehr schön. Die ist natürlich zu. Oh, ich darf die Fenster nicht aufmachen. Ich darf sie mal einsteigen. Hm. Das ist natürlich doof. Hier. Jetzt sind wir sozusagen im zweiten Teil. Hier drinne? Hä? Die Tür war doch eben zu. Oh, ein Buch. Ein Buch. Mitnehmen. Ah, die Bücher müssen wir sammeln, gell? Ja, das wusste ich noch nicht, siehst du. Ich hab das... Ich hab mir gedacht, das ist einfach nur so ein Schrottgegenstand. Oh, dass die so krass sind. Man kann ja auch... Man kann ja auch malern. Seine Basis bemalern. Hier ist schon wieder Farbe. Cyan und Gelb. Es gibt ganz viele Farben. Ah, du kannst ja alles, kannst du sagen. Mach mal 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 auf. Ah, hier sind wieder solche Türen, die man abbaut. Na ja, gut. Warte, Licht. Ein Loch, das zählt als Schrott. Da wollen die noch mehr Ekems reinbringen. Ich freu mich drauf. Halt, so dreht sie. Halt, halt, halt. Mitnehmen. Nimm das mit. Heftklappern. Ist doch auch Schrott, oder? Ne, ist ein Material. Okay, keine Ahnung. Nehme ich jetzt auch nicht mit. Jawasch. Ah, hier die ganzen Bürotüche durchsuchen. Wortsuchmagazin. Ja, solche Gebäude hier meine ich. Klebestreifen, alles kannst du hier so gut finden. CD. Ah ja, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Man kann ja auch CDs und Videokassetten sammeln und die dann so einwerfen, aber man hört da nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Das wäre geil, wenn du da so verschiedene Musik sammeln könntest. Ja. Die fressen. Die fressen. Da hinten drin, wo wir nicht reinkommen. Hammer und Schraubenzieher haben wir ja zu Hause, aber ich habe es jetzt nicht mitgenommen. Das müsste ich eigentlich immer im Auto lassen, ne? Das muss man das nächste Mal daran denken. Ich habe ein Schraubenzieher dabei. Ein Hammer aber nicht. Ein Hammer haben wir aber nicht. Nee, Hammer haben wir nicht. Hammer haben wir nicht. Wo ging es denn jetzt hier nochmal ohne? Hier. Ah, die Treppe. Dann haben wir das Gebäude schon, ne? Ja, ist immer mal so eine Tür. Dann markiere ich mir das, dass wir hier Türen abbauen können. Jetzt müssen wir mal wieder hier sein. Da kann ich einfach hier rein. Warte mal. Alter, ein Schlag ist die tot mit dem Basie. Guck mal, da gehen wir einfach hier rein. Mal kaputt. Kaputt. Zimperi macht hier alles kaputt. Warum die Tür abbauen, wenn man einfach so reinkommt? Oh, den mache ich weg. Pass auf, jetzt eh den Schlag. Der ist so gut, ey. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Ja, klappt ihr nur. Da kommt ihr nicht durch. Da kommen sie nicht durch. Das wäre ein bisschen fies. Wir kommen nicht durch, müssen sie abbauen und die würden die einbrechen. Genau, das geht nicht. Das ist schon so gemacht. Warte mal, das ist gut. Nebenbei hier. Ey, fängt der Schwitter an, etwas unglücklich zu werden. Oh Mann. Was ist denn mit dem Kreuzworträtsel? Das kannst du gleich mal lesen. Ich weiß gar nicht. Kann man das Kreuzworträtsel nur lesen, also machen, sag ich mal. Wenn du auch einen Stift hast, oder? Das müsste man mal probieren. Das wäre so geil. Das wäre dann wieder ein Zeichen, wie komplex das Spiel ist, gell? Ja. Probier ich noch einmal. Oh je, je, je. Noch ein Buch. Jetzt bin ich hingefallen. Oh, jetzt haben wir schon zwei solche guten Bücher. Meine Mary. Jetzt knallt es hier. Die sind nämlich richtig fett. Oh, hab ich mich jetzt wieder erschreckt. Hallo Mary. Na, wie geht's? Mary Poperi. Das ist wieder los. Ja. Du kommst dann hier draus, meine Gute. Kalkt ist es. Oh, da hat er uns eh noch mitgekriegt irgendwo. Ah, hier ist nix weiter, oder? Aber wir haben geguckt. Nicht, dass da gerade was gespawnt ist, was gut ist. Okay. Ihr könnt klopfen, wie ihr wollt. Die kommt ja nicht raus. Genau. Wir sind da ohne schlange gekommen. War hier unten noch was? Oh, jetzt hab ich die Windows-Taste gedrückt. War hier unten die Tür vergessen? Oh, ich bin so dumm. Ähm, ich wollte was ganz anderes drücken. Hä, Hä. Was haben wir vergessen? Das hier unten den kompletten Raum vergessen gehabt. Nee, nee, nee. Siehst du, da kommt dann sogar noch eine Tür. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Ach ja. Ach, weil ich den nur getötet hab, erst mal. Ja. Äh. Noch einiges. Stifte brauch ich nicht. Büroklammer. Büroklammer. Ja, toll. Spielkarten. Noch ein Buch. Alter. Ey, schade, dass man nicht so Korten spielen kann. Ja. Oder irgend so. Ah, vielleicht kommt sowas alles noch. Ähm, was mach ich denn? Ey, sind wir gut. Mary. Wir sind die Besten. Okay. Kann ich halt raus, nee. Ach, nein, Mann. Du bist doch schon wieder debri. Ich's das mal. So. Ja, der ruhigste und entspannteste EW aller Zeiten hier bei dem Game. Außer wenn er den Mary mit der Maus ärgern will. Hm. Schön, die Maus zu, schön kauen. Oh, jetzt pisst das wieder an. Wollen wir mal hin? Wollen wir mal gucken. Ah, jetzt hast du einen Schlüssel. Ich stehe mal den Schlüssel hierher. Nee, fahr nur. Doch. Mary, das ist nicht. Ach so, dann hake ich das jetzt trotzdem ab. Ja, wir gehen irgendwo hin. Na, okay. Haben wir die Häuser da vorne schon gemacht? Oder haben wir die noch nicht? Welche? Wenn wir jetzt so wie wir grad stehen weiter draus kommen würden. Ähm, die haben wir noch nicht gemacht. Dann machen wir die. Das mit der Steuerung ist echt so ein Ding. Da kommst du nicht lang. Ja, genau. Das hat mich schon gesehen, dass ich... Nee, hast du nicht. Hallo, Mary. Ich such dir jetzt so eine schöne Maus. Ja gut, ich habe jetzt ein Zauber-Basey. Oh, Fernsehgeschäft. Haben wir hier an? Ja, komm mal. Irgendwo. Jetzt wird gelootet. Schachtel mit Nägeln. Alter, was? Wie gut. Ich mache hier mal auf. Dass man immer einen Rückzugspunkt hat. Komm, hier ist irgendwo so eine schöne, saftige Maus. Das weiß ich. Ah, eine leere Papiertüte. Äh, schade. Dass da nie wieder Burger drin sind. Oh, ich weiß. Ich mache sie kaputt, die alte Magie. Ich mache sie gleich kaputt. Einfach ein Treffer tot. Nicht immer, aber meistens. So geil, die Waffe. Ja, da waren wir ja eh. Ähm, war es das schon? Geht drüben noch weiter. Wir müssen aber erst raus und dann kommen wir rüber. Wo denn? Ich gehe in die Garage oder so. Oh, da kommt ein Zombie. Oh, da kommt ein bisschen weg. Komm, da kommt ein bisschen weg. Ah, hier. Huch. Oh. Gibt schon eh noch. Ähm, hier waren wir schon mal. Sehe ich gerade. War? Hm. Aber das vordere Teil hatten wir noch nicht. Hab ich schon abgekreuzt. Deswegen liegt hier unten so ein wenig. Deswegen sind auch alle Türen offen. Ja. Ah, an unserem Autosystem. Ah, hier waren wir noch nicht. Oh, der Mutti. Alter. Ist sogar offen. Alter, 100 Hertz. Na, das ist so ein Elektrofachladen. Hier könnten wir auch so einen Grill theoretisch mitnehmen. Aber wir haben ja jetzt schon einen Grill. Könnte ich den auch mitnehmen? Copan-Gastank muss entfernt werden. Warte mal, kann ich noch so einen Küchschrank mitnehmen? Geht das? Ich nehme uns noch so einen Mini-Küchschrank mit, hä? Na klar. So. Stopp. Ich nehme. Stopp. Ja. Kummel du da draußen. Kummel. Wie geht denn in so einen Küchschrank rein? Wiss ich gar nicht. Hier geht es noch hoch. Mini-Küchschrank. In den Auto legen. Erst mal Küchschränke sammeln. Hoa? Schokolade. Na ja, das ist ja... Das sind alles Behälter. Weil mit dem Abbauen, das müsste man erst leveln, dass man Kisten abbaut. Noch mehr Schokolade. Hey, beste Mary. Ich will mal was von essen. Oh, ich auch. Wo denn? Hier oben. Ja, wo denn? Wo geht es denn hier hoch, hä? Oben. Ja, aber wo denn? Nach ganz hinten und dann ist eine Treppe. Dann kommst du. Nein. Natürlich. Bin ich doch auch hochgekommen. Aha. Brauchst dich nicht verstecken. Ach, ich doch... Da gibst du mir auch ein Stück Schokolade ab, ja? Nee. Oh, ich merke. Na, dann suche ich dir eine Maus. Nein, hier hast du deine Schokolade. Bitteschön. Nein, da bist du. Nach mal. Oh. Oh, du hast irgendwas geskillt, ha? Hm? Du hast anscheinend irgendwas geskillt. Weiß ich nicht. Hm, das ist jetzt auch nichts weiter. Nicht gut. Oh, Vorschlaghammer. Warte mal, mach hier erst mal Licht an. Damit können wir Wände und alles einruppen, wenn wir wirklich mal irgendwo nicht reinkommen. Bestes Teil, das Ding. Ey, das habe ich so ewig nicht gefunden. Was? Also jetzt kommen wir überall rein. Sehr gut. Oh. Oh. Oh, ist das gut. Ah, das scheiß kleine Auto ist gleich wieder voll. Zeit, dass wir unbedingt ein zweites Auto finden. Oder ein größeres. Ja. Warte mal, haben wir unser Auto stehen gelassen. Also, wo habe ich unser Auto? Ich folge einfach den Blutspuren. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hm, die Karre ist schon wieder voll. Jetzt reicht's. Jetzt suche ich hier ein Auto. Nee. Komm, wir suchen jetzt ein Auto. Wenn mein Schwerst noch kurz so ein Messer. Nein. Boah. Doch. Und wenn ich mit dem Auto ein Auto schiebe. Ich will mit dem Auto ein Auto schicken. Oder wo es so Parkplätze sind. Ja. Das ist der Akkohol jetzt hier. Das ist leise. Mach ich. Hä? Du bist doch nicht laut. Anscheinend schon. Will wo jemand schlafen? Nee. Ich hab grad... Mein Schwerber hat mir grad essen gebraucht. Ich hab verstanden. Mach nichts für das Auto. Du hast gesagt, du musst doch leise essen. Ach so. So, wo wollen wir nicht? Ja, fahr mal ein bisschen rum. Wir müssen irgendwie mal ein Auto finden. Was ist denn, dass da vorne gelb ist? Was ist denn gelb? Ist das irgendwo erklärt? Ja, das siehst du, wenn du solche Korten findest und da mal drauf guckst. Da steht dann da, was welche Farben für Gebäude sein können. Ich würde da mal hinfahren, dass das interessant ist. Muss man halt einmal komplett umgehen machen. Geh an. Das ist doch eine Bar. Das ist doch eine Bar. Und ist auch groß. Ich fülle jetzt ein Auto. Dass man nicht alle zwei Minuten hier sortieren machen muss. Ja, genau das. Das ist es bestimmt. Und du hast es angefahren. Ah nee, das ist eh das, was man reparieren muss. Ich hab heute noch nicht rausgekriegt. Das geht wohl irgendwie. Aber wie man das macht. Ich hab probiert, den Wagnheber drunter zu stellen. Reif in der Hand genommen. Ich weiß nicht, wie es geht. Wo ein großer Parkplatz sein könnte. Hm? Nein. Wahrscheinlich. Was bei Dunkeln. Ja, ja, wo ist es? Ja, hier waren wir ja. Hier waren wir auch. Ich wollte wieder umdrehen. Ich wollte eigentlich mal das Auto angucken, aber egal. Ah nee, das war ja ohne Reifen. Oh Gott, nee, das sind zu viele. Du bist ja auch ohne Reifen. Und da geht es nicht weiter. Stimmt. Das war es. Das war's. Da ist Schluss. Oh, hier. Vielleicht ist ein Handschuh einfach eine schöne tote Maus. Keine nicht. Er wird schon auf den Weg reinkommen. Und die Steuerung. Das ist fies. Ja. Oh Gott, hier ist alles voll. Oh, nö. Ja, da fahr weiter nach Norden. Genau. Wo ist Norden? Einfach weiter hoch. Hoch, hoch, hoch. Gucken wir uns da mal ein bisschen um. Kommt ja auch so ein Industriegebiet. Oh, nö. Er hat geradeaus. Ja, machen wir. Große Friedhof. Aha, hier kommen Autos. Ja, aber das... Hier müssen wir gucken. Hier stehen einige große. Okay. Komm mal. Ist doch offen. 100 heißt, ich werde ihn hier reingehen. Ähm... Bitte sei auf. Yes! Bitte gib den Schlüssel. Nee. Kein Schlüssel. Ja, der ohne. Schade. Hm. Scheiße. Der ist schon wieder so kaputt, hä? Ja. Ich guck trotzdem mal. Wie sieht er denn aus? Ich guck erst. Vielleicht ist ja wegen der Motor oder Treibstofftank ganz, dass nichts ausläuft. Hm. Ah, Kraftstofftank komplett in den Arsch. Das haben wir... Du Aladin, das ist aber die Harry. Was ist denn nicht mit dir? Hier ist noch einer. Ich glaube, das war letztens einfach nur ein guter Lauf mit den Autos. Ja. Das war's schon in den Autos hier, hä? Hm. Pest. Das ist hier vielleicht doch was. Oh, ich muss schon wieder essen. Hast du noch was von der Schofffläche? Ähm. Alles im Auto. Alles im Auto. Alles im Auto. Alles im Auto. Was sieht denn der hier aus? Was? Wir schrauben's hier. Nur den Schlüssel. Kein Schlüssel. Eieieieiei. Das ist ein Riesengebäude. Guck mal. Eins. Ja. Zwei. Drei. vier fünf sechs sieben stockwerke das ist so ein apartment zum beispiel kommt gleich noch ein sind dann was ist das hier eine schule das ist wieder so ein verbarrikadiertes gebäude guck mal das ist gut aber wir müssen erst mal was essen ich mache kaum noch schaden doch wolltest du wenn ich nicht wolltest das alles machen der mary will das mary hat wieder ein schlüssel mitgenommen also ich ein schlüssel einfach liegen lassen wir vergessen dann wieder oder was stecken lassen im auto nur den motor ausschalten mit der taste vorne das war es den schlüssel einfach gegessen jetzt müssen wir wieder warten bis das logisch wobei man hin wir müssen autos suchen das wird sonst nix fahr mal schön am rand einfach hoch und dann mag es ihr bloß noch ein weg nach links erinnert wir finden schon was heute wer macht es heute kaputt explodiert einfach beide tut Das ist deine Schuld, du wolltest, dass ich fahre. Ja. Das eine Laterne, der Mary nimmt sie mit. Auch keine Autos, was? Was ist denn das mit der Mutti? Fahr mal hier rein. Ist das ein großer Parkplatz? Nee. Ah, schade. Ich dachte. Nee, nee. Das war dunkel. Scheiße. Mach mal Licht an. Geil. Ist das hell. Ah, oder? Hast du das noch nicht gesehen, oder? Nee. Ich bin nur mal ein Stein. Kann ich nichts. Keine Prost. Aber Autos. Aber Autos. Ja, aber Autos. Ah, mein Base ist gleich kaputt. Ah, 27. Also mit sowas fange ich gar nicht an. Und der hier? Oh, hier unten. Oh, bitte. Ah, der sieht sehr ramboniert aus. Ja. Scheiße. Ich meine, das kann man auch alles einstellen. Ich könnte einstellen, dass alle Autos ganz sind. Oh, das will ich nicht. Sind ja dann auch wieder irgendwie gespannt drauf, wenn du ein Papier das Spiel-Demis-Auto nehmen kannst. Also, den könnte man nehmen. Kraftstoff-Tank ist intakt. Erstmal. Ist offen. Kein Schlüssel. Warum auch? 160. Ähm. Ich geh mal in suchen, wo das fläscht. Oder der... Ey, pass auf. Wir müssen das Riesengebäude durchsuchen. Da irgendwo in dem Haus ist der Schlüssel. Hm. Noch mal wetten. Aha. Was liegt hier? Die Karte. Haben wir schon wieder ensemble. Sag mal. Oh ne, das ist so ein großes Gemeinde Das ist randvoll mit Zombies, geb ich dir wie von Siegel Ja, das ist so ein Streichdecke Das ist bestimmt randvoll mit Zombies Das ist bestimmt ne riesen Horte drin Ja, ich muss immer was essen und trinken Dann gib mir mal So ein Weißwein So So viel Essen haben wir jetzt gar nicht mit, gell? Wir haben das alles zu Hause gelassen Hm Keine Autos Hier unten Oh, das gute Polizeiauto Und noch so ein großer Komm, jetzt, jetzt aber wirklich Komm Klebeband 130 wird mir reingehen Ist natürlich zu Ne, warum denn? Oh, du alte Mutti Die Schatz Oh Das ist wichtig Mach Die 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 Hast du ne Wunder, ja, ne? Ja. Du wechseln. Ja, meine Waffe ist kaputt. Da kommt noch einer. Oh, Strip-Clop. Mary, tanzt du für mich? Nee. Schade. Geh bitte. Dass du den Zombie ignoriert hast. Oh. Ey, da ist ne wirklich Stripperin drin. Alter, cool. Oh ne, da ist alles voll. Ne. Oh, hier ist nochmal ein großes Auto. Da hinten auch. Oh, jetzt. Oh man, die scheiß Zombies. Zu. Ey, ich klopp hier kleine Scheibe ein von so einem Auto und nehm es trotzdem mit. Ach Mensch, Mary, das ist doch scheiße. Wir sind eh bei einer Stunde. Wir müssen mal irgendwo safe gehen. Geh weg, du Alte. Mary ist hübscher wie du. Oh, ne Puppi. Hasenschwanz. Puppi nehm ich mit. Ich hab doch eigentlich wirklich viel. Mein Gott. Ist ja von drüben. Oh, schau. Auf. Dumpfe Waffen auf Stufe 2. Wie denn der jetzt von mir hier? Hat's voll auf mich geschehen gehabt. Ja, gehen wir erstmal zurück zum Auto und locken aus. Ja. Eine Stunde wieder rum. Oh, wie das hier aussieht. Hm. Ah, hier ist schlimm. Also ich wieder irgendwo aufstehen. Was ist denn unser Auto? Ja, wir sind hier ein ganzes Stück gelaufen. Da. Ist doch schon wieder ein Zombie. Hm. Hey, du Blödmann. Ich denke schon. Okay. Puppi. Hm, das Auto ist voll. Das ist doch scheiße. Ja, dann locken wir hier aus. Ohne im Auto zu sitzen am besten. Ich weiß nicht, ob das irgendwas machen kann. Dann packst du. Gut, sind wir bei einer Stunde. Passt. Hm. 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 Hm.